Warum fährst du heute nicht mit dem Fahrrad in die Stadt? Weil ich heute unbedingt im Supermarkt einkaufen will. Aber du hast nicht genug Zeit. Ich möchte, dass du um vier wieder zu Hause bist, damit du mir mit den Topfpflanzen helfen kannst. Können wir das nicht machen, bevor ich in die Stadt gehe? Nein, das geht nicht, weil ich schon um elf beim Arzt sein muss. Aber wir haben kein Brot und keine Bananen mehr. Na gut, wenn es sein muss. Aber die Pflanzen müssen wir morgen umtopfen, die gehen sonst kaputt. Aber morgen sind wir doch den ganzen Tag an der Seniorenuniversität. Ach Robert, jetzt bist du im Ruhestand und wir haben weniger Zeit als früher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017